Was ist das, was sich ändernde Märkte, sich ändernde Kundenanforderungen, Trends sorgen natürlich dafür, dass wir unser sehr, sehr breites Produktportfolio ständig hinterfragen und anpassen müssen. Seit Mitte 2015 gibt es die One-Gear-Struktur, eine integrierte AG mit entsprechenden Zentralfunktionen und das gibt uns erstmal auch die Möglichkeit, wirklich auch funktionsübergreifend, standortübergreifend Innovation voranzutreiben, Experten aus unterschiedlichen Regionen und auch unterschiedlichen Standorten zusammenzubringen, um wirklich auch an gleichen und ähnlichen Themen voranzubringen. Das sind die Synergieeffekte, die wir mit dem Innovationsmanagement heben wollen. Unity ist für uns ja ein Partner, der sehr früh dazugekommen ist, weil er uns schon geholfen hat, erstmal die Ist-Situation zu evaluieren und dabei eben kritisch zu benchmarken, was in unserem Unternehmen eigentlich schon gut funktioniert und wo eigentlich, ich sag mal, auch dezentral die Diamanten liegen, die wir eigentlich zusammenbringen müssen, um daraus ein erfolgreiches System zu gestalten. Das Zweite, was Unity natürlich mitbringt, ist eine enorme Erfahrung im Innovationsmanagement und das von verschiedenen Industrien und kann einem damit quasi sehr gut Starthilfe geben, das Richtige herauszufinden oder auch Kontaktpartner in anderen Branchen kennenzulernen, mit denen man gemeinsam dann diskutiert oder sogar Dinge umsetzt, sodass man dann das richtige System für sich selber findet. Die Arbeit der Unity-Berater zeichnet für mich aus die Balance zwischen einem fundierten Fachwissen, aber auch einer, ich sag mal, sehr bodenständigen Art und Weise der Umsetzung, sodass man gemeinsam eben den Weg beschreiten kann. Also wir haben viel mehr bekommen als nur ein Innovationskonzept, sondern eigentlich ein ganzheitliches System und setzen es jetzt eigentlich auch gemeinsam um. grabbed. Intercept. E. Der właściwie